Hallo, ich bin Ilona Ortwein, ich bin Coach im Programm Art Up. Ich berate ansonsten auch Unternehmen und Gründer zu Themen Finanzierung, auch alternative Finanzierung und Marketing, Öffentlichkeitsarbeit. Das ist meiner Meinung nach auch ein Schwerpunkt für die Künstler. Ich glaube, die haben häufig Defizite, was ihre Finanzierung anbelangt, aber auch was ihr überhaupt das Denken anbelangt, ihre Kunst als Unternehmen zu sehen, als Entrepreneur.